Und vielleicht mal ein bisschen länger zur Schule gehen, mal einen Abschluss zu machen, mal einen Beruf zu erlernen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Sie alle mal Nachhilfe in Sachen Ordnungspolitik, Nachhilfe in Sachen Grundlagen der Wirtschaftspolitik und Nachhilfe in Sachen sozialer Marktwirtschaft brauchen. Sie wissen überhaupt nicht, wie unser Land und unsere Wirtschaft funktioniert. Und ich schäme mich manchmal, hier in diesem Parlament Vorschläge wie diesen zu hören. Ganz ehrlich, was Sie machen, ist ein wirtschaftliches Abbauprogramm. Aber Sie machen hier keine Vorschläge, um dieses Land voranzubringen, um die Menschen in Arbeit zu halten, um die Menschen in gutes Einkommen zu führen. Was Sie nur können, ist verbieten und politisch verordnen. Sie haben überhaupt keine Kompetenzen in diesem Bereich. Und deswegen empfehle ich Ihnen hin und wieder mal zuzuhören, mal ein paar Jahre zu arbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da meine Zeit am Ende ist... Sie kommen wieder... Sie kommen wieder... Sie machen mitten Stühle- propri Sie kommen wieder. Ich brecheное, es gibt sehr viel Spaß zu sehen, dass du einfachen Coordin takiej Angst durchzuhörden ist.